Ihr seid noch da? Es ist vorbei. Ab nach Hause. Na geht. Ach, ihr wartet auf den Teaser für Deadpool 2. Tja, für sowas haben wir kein Geld. Was erwartet ihr? Dass Sam Jackson auftaucht? Mit einer Augenklappe und einem heißen, engen Lederoutfit? Geht, geht. Oh, aber eins kann ich euch sagen, und das ist ein kleines Geheimnis. Im zweiten Teil wird Cable dabei sein. Wahnsinnsfigur. Bionischer Arm, Zeitreisen. Keine Ahnung, wer den spielen wird, aber das kann ja im Grunde jeder. Wir brauchen nur einen Riesenkerl mit Bürstenhaarschnitt. Mel Gibson, Dolph Lundgren, Keira Knightley. Die kann alles spielen, wer weiß. Also, großes Geheimnis. Ach, und lasst euren Müll hier nicht rumliegen. Das ist echt total assi. Geht. Tschk, tschk, tschk. Vielen Dank.